Für alle, die meine Videos schon ein bisschen länger gucken, ich hatte ja meinen PC geupgradet, habe eine neue CPU, Grafikkarte ist drin, Lüfter, Gehäuse und unter anderem die Galat 2 LCD 360 von Lian Li, richtig geiles Teil, kürt mein Ryzen 7 5700X richtig runter, im idle 29 bis 30 Grad und auch bei Last ist alles schick. Wer sich das Teil geholt hat oder holen will, achtet darauf, dass dieser Stecker wirklich drin ist, ihr braucht ein bisschen Kraft, weil wenn ihr ansonsten das ganze hoch fahrt, der hier auch hoch fährt, aber denn wie er ausgeht, liegt es daran. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem, ihr könnt ja lauter schöne Sachen dort einstellen, unter anderem habe ich jetzt hier so Wassertropfen, dieses Logo oder hier zum Beispiel die Uhrzeit, ihr könnt ja wirklich schöne Sachen einstellen, ist richtig cool, war auch ein Grund, warum ich es haben wollte. Nun ist das Problem, wenn ihr eure Kiste runter fahrt und wieder hoch fahrt, startet das Ganze, das Logo kommt und es freest, es bleibt einfach stehen. Da hilft auch kein Neustart, wenn man Energiesparen macht zum Beispiel, denn bleibt...